Hier ist «Friday» mit Dominique Deville. Okay. «F*** Friday». Bald kommt er wieder um eine Ecke. Der Tag vom Hirnlosen über Konsum. Er schaut überall auf dich. Auf deinem Handy. Auf deinem Laptop. In deinem Fernsehen. Es gibt nur einen Ausweg. «Blackout Friday». Schalt einfach alles ab. Und lebe dein beste Offline-Leben. Aber eigentlich ist alles gescheiter, als beim «Black Friday» mitzumachen. Aber Moment. Unterschreib noch ganz schnell die «F*** Friday»-Petition. Von «Solidar». Danke.